herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch adieu von rammstein alle weiteren informationen zu dieser single und der tracklist sowie natürlich auch die links zu dieser single findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung adieu von rammstein das ganze am 25 november erschienen wir haben hier mal wieder eine cd aus dem bereich rock jawohl es ist eine weitere single auskoppelung aus dem vergangenen album zeit das album ist ja schon im april diesen jahres erschienen und jetzt soweit ich mitbekommen habe die letzte veröffentlicht die letzte ausgekoppelte single in diesem fall das auto der letzte track des albums adieu so sieht das aus wir haben hier die band in einer wilden szenerie also wer das video gesehen hat verschiedene phasen im video und hier sind wir gerade in dieser käfig ketten phase also alle hier dreckig und beschmiert und sind hier im inneren dieser käfig konstruktion darüber schön gold ja kirchlich fast schon adieu und das rammstein logo mit diesem goldenen strahlen rundherum auf der seite auch wieder in gold beschriftet rammstein adieu und auf der rückseite haben wir dann die tracklist wir haben hier drei tracks an der zahl einmal reguläre track einmal der remix von richard gruspe und einmal der remix von andrea marino barcode labels dann schauen wir mal rein so das ist auch eine szene aus dem video ich glaube auch so ziemlich das thumbnail des videos also sehr ähnlich dem thumbnail glaube es wurde aufgenommen in paris in der oper sieht auf jeden fall sehr mächtig aus dieses gebäude und generell so die architektur und kulisse ist auf jeden fall ein hingucker dann hier unsere sechs herrschaften in schwarzen mänteln rechts ist das ganze offen und beinhaltet die cd links geschlossen so dann haben wir hier eine papphülle auf der einen seite die lyrics zum track adieu und auf der zurückseite haben wir dann die credits zum album also wer hier mitgewirkt hat wer hier mit dabei war das ist die cd die sieht so aus und das war soweit jawohl mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von der single beziehungsweise dem track schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr rammstein und mich unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf ciao